Viertel vor 9. Die Sachen, alles fertig. Das Rucksack muss eingepackt werden. Pagobank wird gleich rausgenommen und der Koffer liegt gleich fertig. Hier kommt unser Auto, bringt mich zum Testzentrum und fahren zum Flughafen Hamburg oder auch die Adresse Flughafenstraße 1 bis 3. Ja Leute, wir sind jetzt schon noch fast fertig. 15 Minuten muss ich zum Testzentrum. Viel Spaß mit dem Video und wir hoffen, dass es euch gefällt. Wenn ihr das gefällt, liked euch das Video und abonniert auf dem Kanal. Die Links findet ihr in der Beschreibung, zum Beispiel Expedia oder den Währungsumrechner. Dann viel Spaß mit dem Video. Nach eineinhalb Stunden sind wir auf Flughafen Hamburg. Die Adresse habe ich in der Beschreibung geschickt und wir fahren jetzt in Terminal 2. Wir sind jetzt in Hamburg angekommen und nur noch einen halben Boom sind wir am Ziel. Mit dabei beim Flug mit Vueling ist meine Mutter und meine Schwester und ich noch dazu. Wir fliegen um 14.45 Uhr mit Vueling auf Terminal 2. Welcher Gate, welcher Check-In seht ihr gleich danach. Doch! Ja, doch. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Check-in 10, Check-in 9 ist in der anderen Seite. Das ist Check-in 10 und Check-in 9 ist in der anderen Seite von Check-in 10. Das ist Peragas. Da ist der Wohnstücker schon. Hier steht das jetzt bei Barcelona, so in Terminal 2 bei Check-in 9. Und der Gate kommt später. Danach sind wir zum Starbucks gelaufen runter und da haben wir gegessen. Jetzt gehen wir zum Sicherheitskontrolle. Die wird zuerst mal da rein gehen und alle Gates finden können. Gate A, Gate B oder Gate C oder vielleicht auch Gate D. Und es ist Gate A 46 und der liegt gleich auf der anderen Seite. Außerdem haben wir schon eingecheckt zwischen Sun Air und British Airways. Wir sind ins Sicherheitskontrolle raus und haben es geschafft. Und jetzt suchen wir nur den Gate A 46, der jetzt Richtung Barcelona führt. Hier ist es jetzt so eine Art Shopping-Markt, dass man das kaufen kann. Und sowas kann man da finden. Gates kann man auch mal in der Tafel sehen. Die Uhrzeit habt ihr wahrscheinlich auch schon gesehen. ideas wie eine Art Shopping-innen geht. Und jetzt suchen wir den Gate Aanı? Ich habe das noch nicht mehr Geld gekürt, wenn ich es nicht mehr Geld mit in Düsseldorf Ich war in Düsseldorf, ich habe das Geld mit über 19% und dass die Nutzung im Düsseldorf nicht mehr schnappen. Ich habe keine Gäufe von Düsseldorf, was noch nicht mehr so leicht. Wenn ich im Düsseldorf habe, das ist auch die Garten, die Nutzung, 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 die Nutzung und die Nutzung. Die Leute sind nicht in die Karte und ich habe einen Ruhm. Ich bin nur ein paar Wachstuhl. Ich habe einen Ruhm, einen Ruhm für die Karte, für die Karte. Ich habe einen Ruhm. Ich bin auch ein Ruhm, die Karte mit der Karte. Ich habe einen Ruhm, aber ich habe einen Ruhm. Ich habe einen Ruhm. Ich habe einen Ruhm. gesehen weil es ein bisschen einblendet, aber was ihr vorhin gesehen habt, das war british airways. ja leute wir müssen jetzt gate a 46 und da müssen wir hin. beim letzten gang. wir bitten noch einmal Frau anna maria fumaboli, bitte kommen sie an den peer informationsschalter zwischen den ausgängen 17 und 18. die strecke ist lang. ich weiß, ich weiß. wir sind jetzt etwa fünf minuten gelaufen oder vielleicht auch drei. und die strecke ist ein bisschen lang und meine füße tun schon ein bisschen weh. jetzt seht ihr den flieger british airways und peracas und bis zum gate a 46 wird nicht mal lange dauern. bergange. 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 wio in chicas. bergange. 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 Wir sind am Gate angekommen und aus dem Vueling Flug 1821 kommt auch noch dazu. Er ist gerade bei der Parkposition und wird das jetzt hier einparken. Er ist gerade bei der Parkposition und wird das jetzt hier einparken. Er ist gerade bei der Parkposition und wird das jetzt hier einparken. Er ist gerade bei der Parkposition und wird das jetzt hier einparken. Die nächsten Flieger wären zum Beispiel KLM oder auch Lufthansa. Peragas ist wahrscheinlicherweise schon beim Start und wartet jetzt schon bis er beim Take-off ankommt. British Airways ist gerade beim Pushback angekommen und die Brücken von Vueling werden auch noch dazukommen. Auch andere Flieger, die beim Gate B sind, sind auch zum Beispiel Condor, Swiss oder Oyo Wings. Die fliegen zum Beispiel nach Frankfurt, München oder auch wahrscheinlicherweise nach Athen. Aber genau weiß ich jetzt auch nicht. Auch daneben sehen wir auch noch den Tower. Das ist im Orange und den sieht man doch eigentlich ganz klar, oder? Ich denke, British Airways ist schon losgeflogen und fliegt jetzt, glaube ich, Richtung London. Das ist eine A320 und genauso wie bei unserem Flugzeug ist auch eine A320. Und außerdem der Lufthansa-Flug irgendwas fliegt wahrscheinlich entweder Richtung Frankfurt oder München. Den werden wir auch gleich beim Start anschauen. Diese Hubschrauber sehe ich zum ersten Mal. Keine Ahnung, was die machen. Sind die jetzt vom Militär? Ich habe keine Ahnung, warum die da sind. Warte noch ca. 20 Minuten, bis wir beim Boarding losgehen. Ich bin schon aufs Klo und so sieht der Start aus. Ich bin schon aufs Klo. Weg ist er. Und danke schön, dass ihr den ersten Part von Nam Flieg nach Barcelona angeschaut habt. Nach zwei Jahren bin ich jetzt endlich da. Im nächsten Part werden wir das Boarding schauen, Start und Landung und den ganzen Flug auf keinen Fall verpassen. Ciao.